Man weiß es noch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ich muss mir mit den Jungs nochmal, also mit dem Trainerkollegen oder alles, müssen wir nochmal hin und her basteln und man weiß es nicht genau. Im Moment, ich weiß es noch nicht. Trainieren konnten wir nicht, üben, im Sinne von, dass man irgendwas erkennen konnte. Das war ausgeschlossen. Heute, weil natürlich das schon extrem war, am Mittwoch mit der ewig langen Zeit zu 10 gegen Bayern. Wir sind natürlich gelaufen wie die Salzmänner und dann war die Hoffnung auch da, so lange, da hast du zwei, drei Standardsituationen, die du nicht gut genug genutzt hast. Da war wirklich was möglich, hast du Freistösses 18 Meter, 20 Meter, das war ärgerlich. Sind Ihre Jungs jetzt ein bisschen angeknackst, weil da so scheiße gelaufen? Nein, nein, wir sind ja einiges gewöhnt gewesen, schon diese Saison. Nein, nein, das macht uns nichts mehr aus. Wir sind natürlich deprimiert, das ist ja klar, aber man gewöhnt sich an einiges. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir sind total zufrieden, wenn wir Fußball spielen. und insgesamt, die Leute haben Freude, sind wir froh darüber. Die grüßen uns freundlich in der Stadt, die Spieler werden auch gegrüßt. Und alles andere, das habe ich ja schon gesagt, am Ding nach dem Spiel. Wir halten einiges aus. Wir halten einiges aus. Vielen Dank.